So meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu Man of the Walls, hier bei mir, bei SimSong. So, ähm, können lernen. Mann, mach Spruch, mal gucken, was dann passiert. Ja, Tali muss bald auf Arbeit sein. Ah, der geht's auch gut. Kommissar. Oh, weil das bloß im echten Leben so wäre. Was passiert, wenn ich aufreizend dastehe? Was soll ich machen? Will die mal flirten? Okay. Nee, das heißt, erst mal mit ihr flirten hier, bevor sie abhaut. Alles klar, glaub ich mal. Man muss hier jetzt nicht auf Arbeit. Oh, das könnte ich ja erst kurz besser konkret ist. Also ich muss auch arbeiten gehen. Nein, ich muss ja auch gleich arbeiten gehen. Deswegen, lassen wir's mal. So, wenn sie muss in einer Stunde, denen geht es gut, der könnte so gleich gehen. Vielleicht noch einmal die Blase verwenden. Er hat gestanden. So, jetzt muss die Zeit natürlich schnell vorbeigehen, weil, was soll man jetzt noch machen? Weil das Radio läuft, Stromverspettung läuft bei uns. Wir können uns es leisten anscheinend. Jetzt freut mich, dass wir so viel Geld haben. Ah, schön, dass Menzi und Dali... Oh, befördert. Sie erhüllt. Mhm, 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 mhm. Visitenkartenhalter, gibt es jetzt, äh... So, äh... Was muss ich denn jetzt machen? Äh, Freundin der Welt? Nee, drei Freunde haben. Hier. Äh... Gitarre oder Gei? Ach du Scheiße. Wie schreibe ich ihn, äh... Einen Witzschreiben. Denn die hat ja am Morgen frei. Und dann müssen wir jetzt auch noch eine Gei kaufen, Mensch. So will ich ja gar nicht... Also, 425 oder eine Gitarre? Jetzt sind wir bei 6. Gitarre gefilmt. Das ist schon besser. Die will ich so schräg hier stehen. Das passt. So. Nachdem sie den Witz erzählt hat, soll sie mal... Und ich hatte ja keinen Spaß und die Gene geht auch nach unten. Äh... Soll sie mal duschen gehen? Danach soll sie was spielen? Und... Haushalt? Und Computer? Adoptieren. Haushalt... Aha. Karriere. Spiel spielen. Gut. Dazu erst mal ein bisschen Aufgabe. So. 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 Alex kam nach Hause. Oh. Ich bin immer noch konkret. Na. Kann man hier... Oh. 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 Oh, oh. Oh. Es ist wieder konkret... Da ist fast. So weise haben. Ehe. Münzi, du musst aber morgen auch ein… Guck ok. Aha. Guck mal ob Sie ein Kuss anhauchen annimmt. Ah. Wenn wir jetzt den ersten Kuss erleben. Komm, 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 komm. Im Dateplan. Wo ist denn das? Hallo, du solltest erst einen Kuss erleben. Och, blau dann. So, das ist jetzt abgeschlossen. Komm, jetzt hört man auf, wir müssen jetzt gehen, gehen ganz an, komm, erst einen Kuss erleben. Bei beiden ist es sogar angeboten. Jetzt kommt, erst einen Kuss erleben. Küss ihn, küss ihn. Ich sitze. Ja. Ja, Schmutz. Ja, dann. Um Verabredung, bitten. Hier geht's. Also, geht's nämlich schnell. So schnell, wie ich das jetzt nicht erwartet. Aber wir lassen dann erstmal auch, wenn sie doch mal schlafen. Wenn sie, du musst eigentlich schlafen. Scheiße. Jetzt hab ich das Date angegeben. Nee, komm. Nee, 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 nee. Wenn ich das irgendwie zurückmach. Achso, hier. Ah, ja, hier. Hier sieht man ja alle Dings, die es gibt. Ich möchte wieder zurück, ich fühle das nicht, ja. So. Knuddeln, das würde auch, sie bestimmt nicht machen. Mensch, da waren wir gleich schon wieder Ports zu Ende. Dann gehst du mal bitte schlafen, Bensi. Dann machen wir mal bitte die Musik hier aus. Danke. Äh, üben. Gut. Oh, das war jetzt ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Kalt duschen? Was konkret ist? Konkret ist? Kokkazzoni, konkret. Ach ja, hier wisst du schon, was ich meine. Ja. Dann, äh. Noch was essen. Das hier bitte auf. Bevoll ist es, Lars, nachdenk. Äh. Kochen. Garten oder Rath, das reicht vollkommen. Einzelportion. Und danach lassen wir. Ach ja, wir haben ja das Mikrofon. War ja für Bensi, glaube ich. Ja, vielleicht waren das. Dann lassen Sie mal bitte schlafen gehen. Und danach wird auch Bensi wieder Mutter sein. Hoffentlich. Aber jetzt jetzt die ganze Nacht hier durchbrommen. Und Alex flirten. Schief raus. Schief raus. Aha, okay. Ich soll nachnehmen, wenn Sie Hunger bekommen. Ach so, geht's halt. Duschen, komm. Okay. Aber es muss das sein. So, gut. Ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt ist. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt trotzdem schon. Wir haben einen Tag wieder vorbei. Wenn euch der ganze Mod gefallen hat, gebt nur noch, wenn ich den Daumen runter schreibe in den Kommentaren, ob ihr euch gefallen hat, ob ihr euch gefallen hat, ob ihr das sehen wollt, dass Menzi mit Tali zusammenkommt und Tali mit Menzi. Dann können wir drüber reden. Sieht doch, dass sie ein bisschen raufrollen. Unwohl. Ja, ich... Du solltest auch schlafen. Aber wie gesagt, lasst es doch mal oben da. Bis zum nächsten Mal, sagt der Euer Menzi. Ciao, ciao.